Hallo meine lieben Freunde, ich bin zweijähriger Odo und wir sind zurück bei Pathfinder Kingmaker mit meiner kleineren Lawful Evil Runde. Das einzige was ich versäumt habe seit dem letzten Mal ist, dass wir eine Nachtwache eingelegt haben und eine Kiste nicht geöffnet haben, was wirklich doof ist. Wir müssen hier also nochmal zurückkommen in unserem Leben, um diese Kiste aufzumachen, was ich nicht richtig finde. Sieht man mich noch? Ja, sieht man mich noch. So, das ist eher lächerlich. Das ist auch eher lächerlich. Das ist auch eher lächerlich, naja dann auf sie mit Gebrüll. Geary. Wo werden wir? Geben! 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 Geeri? Puh, Key, das war ein Team? Das war jetzt Schnell und schmerzlos Ohne vielen Aufhebens Nicht jetzt Den Trailhound kann ich nicht abziehen Das kann ich mir vorstellen Aber wir sollten vielleicht absprechen Das ist einfach nicht mein glücklicher Tag Na gut Natürlich auch meine Art und Weise mit der Sache umzugehen Ich habe eine Tür gefunden Ok wir werden die Applaudierungen Zeit haben Wer füttert dieses Feuer da unten Das brennt jetzt wahrscheinlich schon Ich weiß nicht wie lange Das ist auf der anderen Seite Aber das steht nicht Das heißt ich habe auch noch einen Schlüssel Ich habe auch noch einen Schlüssel Na super Ok Ja wie schon gesagt Wir haben im oberen Stock nicht alles erledigt Ich weiß nicht was Was beißt du denn So ein Trinket Kompendant Ok dann gehen wir auf der Seite herauf Oder Nein nein wir liefen Wir lassen das alles da Mal ganz kurz Kind Kannst du mir das auffüllen Yay Ich habe meinen eigenen Scarf Ich habe meinen eigenen Scarf Mehr oder weniger Ich bin mir gar nicht sicher Ob das so klug war da rauf zu gehen Wie schon gesagt ich weiß Der unangenehme Troll Der 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 den Ekundayo umbringen Wie uns auf der Seite Danke Kind Du machst Du machst mal das Und greifst Bitte diesen Typen an Harry Du machst doch bitte mal ein Blitz Du Machst doch bitte mal sowas auf Hör auf Hör auf Hör auf Das zum Beispiel Du Gehst da auf den Hör auf Hör auf Tut sowas bitte das da auf deinen Hund Und das war's dann schon Jetzt hör auf die Linsy zu schlagen So Linsy Könnt ihr so bitte singen Und dann Zaubern Wow Wir gehen da durch Wie so eine dies Will ich das bitte schneller machen? Warte mal Warte mal ist nicht noch irgendwelche Gegner Nein Nein So Alle zusammen Yay Guck, guck, guck Schau mal Schau mal Schau mal Da ist nämlich Das ist so ein Dings Das ist der Mond Und Da hatten wir Dieses Langguckzeichen Was ist das? Das ist nicht das Langguckzeichen Das ist es So muss es stehen Ein Distinkt Klick Hallo Also Weißt du schon Ich glaub So steht das schon mal richtig Aber ich Ah genau Ich weiß schon wieder Man kann es nicht so lassen Weil es dreht sich dann von alleine um Wieder Schauen wir mal Bleiben wir mal stehen Die Hm 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 Okay, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Okay, hier stirbt gerade ein Kind im Hintergrund, das ist nicht gut. Okay, da und da geht es weiter. Schauen wir zuerst mal da rein. Speichern wir zuerst ab, vielleicht nur noch die Tür aufschließen und ich möchte nicht wieder daran scheitern, dass ich nicht gespeichert habe. Ja, man muss hier aufsperren. Also ich glaube, wenn ich abspeichere, schafft es immer auf das erste Mal. Fancy. Autsch. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ja, das ist gut. Ah, das ist glaube ich der coole Bogen. Ich habe da eben einen echt coolen, die War of Metal. Genau. Das ist wirklich der coole Bogen, ich kann mich wieder erinnern. Das ist echt spitze für den Kuntayo. Also, dieser Bogen macht 5 bis 25 Punkte Schaden und zwar Acid Damage. Das ist absolut großartig hier. Ab jetzt ist der auch ein ziemlicher Damage-Dealer. Ich meine, der war schon vorher eigentlich relativ gut, aber mit diesem Bogen ist das ein Wahnsinn. Ah, ja. Gut. War doch gut, dass wir es so gemacht haben, weil wenn wir dann gegen diesen Bösen nicht kämpfen, muss er gut sein. Den können wir im Übrigen nur komisch besiegen. Den müssen wir irgendwie rauslocken, sodass er ins Licht kommt. Sonst können wir ihn nämlich irgendwie nicht besiegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorgesehen ist, dass man von dieser Seite kommt. Das letzte Mal bin ich von der anderen Seite gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorgesehen ist, dass man von dieser Seite kommt. Oh, das ist der Cobort-Artisten, mit dem. An odd kobold sits in front of the wall. His scales, snout, and especially hands are covered with something akin to a blend of tar and what seems to be rancid, mud-colored filth. Occasionally, the kobold plunges his hand into the clay pot, nestled beside him, grabs a handful of paint and slowly smears it on the wall. I don't like how the actors with the kobold in this series are. Kobolder are intelligent people. At least it looks better than the paintings King Irovetti awards his prizes to. The unintelligible smears gradually resolve into a crude drawing of a huge kobold striking heroic pose. There are many smaller figures surrounding him, but you can't tell who they might be. The kobold continues with his strokes. He doesn't seem to have noticed you, or perhaps he's just too lost in his work. What is that? Fine art is performed by kobolds? Valerie wrinkles her nose in disgust. In the art of Shannon, I was taught that all art is precious. But what would my mentors say were they here to see this? I am not sure, would a Lawful Evil character really the kobold angreifen? Maybe he would have to be able to save him? Maybe he would have to be able to save him or take him for his things? Na gut, wir werden ihn nachher angreifen, aber zuerst schauen wir ihm noch weiter zu. Kobold slowly turns to you. You can't read the expression on his snout, but he certainly doesn't seem pleased. Kobold points towards the painting. Tartuk! Ja, schon damit deswegen müssen wir einen Angriff. Can you tell me about Tartuk? It seems the Kobold has told you all he intended to. He shows no reaction to your further questions. How can I find Tartuk? Na ja stimmt, die andere Kampagne habe ich chaotisch gut gemacht. Da habe ich ihn natürlich weiter zeigen lassen, na gut. Sooo schwer dürfte das ja wohl nicht werden. Das ist ein Level 2 Kobold. Das war's schon. Warte mal, gibt es nicht noch etwas zu plündern bei diesem Kobold? Doch. Wir finden uns nun nicht. Irgendwie sagt mein Computer ist ein bisschen überfordert mittlerweile. Man merkt, dass er fast nicht alt ist. Was ist das? Ein dirty paintbrush. Okay. Da ist die Tür. Ich öffne die Tür. Locked. Okay. So. Das heißt. In Wirklichkeit müssen wir wirklich unten nach oben gehen. Ach. Wo gibt es da hinten eine Tür? Schaut irgendwie nach Geheimtür hier aus. Könnt ihr jetzt hier bitte die Geheimtür finden? Hallo? Hallo? Geheimtür? Nein. Keine Geheimtür. Echt jetzt muss ich unten rum und den ganzen Weg zurück und von der anderen Seite kommen. Ach. Wir gehen mal da her. Da sehen wir nämlich gleich ob das wieder zurück gesprungen ist. Ob es noch immer da ist und wir es gehabt haben. War es noch immer da? Das ist interessant. Oh Gott. Ich dachte eigentlich, dass das... Nein. Ah. Come on. 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 Diesen Kampf will ich noch machen jetzt. So. Da geht sie wieder raus. Gell. Bei ich. Dir sage ich gehe da rüber. Schaust du das? Ganz alleine. Schaut gut aus. Nein, 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 nein. In der Zwischenzeit können wir mit dort reden, plaudern, Sachen. Und keiner da. Nein, wirklich nicht. Der eine, der da vorher abgebildet war, war offensichtlich nicht ich. Offensichtlich hat mir jemand zugeschaut. Aber er hat nichts gechattet. Naja gut. Warum sollte er auch? Vielleicht auch nur irgendein Twitch-Roboter, um zu überprüfen, wo ich hier keinen Blödsinn mache. Der hat sich dann gedacht, so wenig Leute, wenn wir zuschauen, brauche ich mir auch nicht zuschauen. Ähm. Naja. Das wollte ich jetzt schon sagen. Ja. Ich hoffe, die Lieder von euch ist gut ausgerüstet für die nächsten Tage. Wer weiß, ob wir noch Essen kriegen. Nachdem die Anarchie ausbrechen wird. Wir alle sollten uns Mad Max anschauen und wissen, was als nächstes kommen wird. Wir lassen alles rumliegen. Wir lassen alles rumliegen. Ich nehme nichts mit. Und jetzt mal wieder oben auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist in meinem Troll finden wir zumindest irgendwelche Schlüssel. So. Jetzt mal auf dieser Seite. Das haben wir letztens gemacht. Diese Seite. Das ist das, was uns fehlt. Und das ist der Troll, den wir besiegen müssen. Und ich weiß, wir müssen den Kampf irgendwie so machen. Ich hoffe, es ist nicht wichtig, dass wir wissen, wie spät es ist. Hohohohoho. Hohohohoho. Kommt schon die Alarmstecken. Genau, da ist dieser nicht durchflutete Arm. Nur wenn man da dringend dann erstarrt dazu Stein. Gibt es eigentlich irgendwie einen Hinweis dazu? Dass man hierher... Ich meine, sie sagen es in irgendeinem Gespräch vorher. Ey, Contario sagt das, glaube ich, in einem Gespräch vorher. Dass es ein Steintroll ist. Ich glaube, das ist das letzte Teil von der M-Serie. Ich weiß, beim ersten Mal spielen habe ich am Anfang Sachen verkauft, die ich nachher gebraucht hätte. Oder so irgendwie. So, speichern wir mal ab. Ich will nicht nochmal alles durchreinen. Wüsste ich eh nicht, denn ich habe diese Autosafes noch. Ich glaube, wir treffen die Baby-Trolle. Die Kinder-Trolle, genau. Das ist es. Das wird dieses Mal einfacher, weil als Chaotik-Gut willst du sie, glaube ich, nicht umbringen, weil es halt noch Kinder sind. Aber ich nehme mal an mit Lawful... Mit Lawful Evil sollte das kein Problem darstellen, oder? Da war die Baby-Trolle, wo dann wirklich lieber... Da war Burg-Troll ist... Da war Burg-Troll will. Aber ich bin wieder ... Da war Burg-Troll. Da ist es ... Da war so ... Da war Burg-Troll? only in comparison to a major rock troll, their hate equals the hate of a grown man. Boba won't kill daddy, Boba garum, Boba bad. Decom silently raises his bow, the trolls don't run away, instead they stare at him with offended expressions. I want to kill us too, Boba. Ofolino will improve weapons attack, there is no place for trolls in my lands. Yeah, this is Ofolivil, Vietnam is here not a neutral good act. Who shoots one of the trolls, his arrow sticks deeply in the trolls gut. For a second it seems to you that the troll is going to cry, but then his bestial nature kicks in. Angry trolls don't cry, they attack. Argot? Na super, we have caught them with the Superbogen. They have to be a long time over, or at least half over. They have to be a long time over. I think they are level 6 trolls. They should be done already. I think they are level 6 trolls, with which they should be ready. They have to be a long time over. Oh yea. There is the patrol. He looks right away a lot, much, much bigger and bad. Let's see. That's the beginning of the hunt. So, Power-Attack permanent, 22 Hit-Points, 0-2, oder was? Na ok, wir kennen den Trick, also wenden wir noch an. Ich meine, ihr greift es nicht an, sondern ihr rennt bitte da her. Lauft, ihr Fools! Könnte es schlimmer sein, und wird es, definitiv wird es sein. Endlich. Hätten wir nicht den Zwerg hinten rennen lassen können. So, ok, gut, 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 gut. Ja, das mache ich das nächste Mal. Ist all dieses Blut mein? Ich dachte nie, dass ich so viel hatte. In Wirklichkeit habe ich das absolut bescheuert gemacht. Ich meine, wozu habe ich diese ganzen Buff-Spels? Du hast doch auch irgendwelche Kampf-Sprüche, gell? Dann denk die doch bitte an. Also nicht mehr. Also nicht mehr. Also nicht mehr. aber? Schnell. Also nie. You are not sure if he is talking about the troll's death, about his completed vengeance or about his own mental state. In the dim light, it seems to you that Aegon's eyes lose their usual spark. Several wrinkles seem to disappear from his forehead. Deranger comes closer to the defeated troll and stares at the corpse with contempt. His lips are pressed into a thin line, his fists clenched and his knuckles are white. Without a word, Aegon raises his leg and delivers a great kick into the side of the rock troll. This effort must have been painful for the ranger, but not a single muscle moves in his face. His expression is a frozen mask of rage and suffering, and the pain from the head fades in comparison. Blah 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 blah. Done. Aegon repeats quietly, turning to you. Thank you, friend. Your help was priceless, he shrugs. From now on, your questions will be answered. If you still want them, you deserve that. Okay. I wrote it like I thought. Hast du was? So. Gehen wir mal da so. In die Mitte des Raums. Haha. Er ist tatsächlich zu Stein geworden, weil er da draußen war. Ich wette, drinnen hätten wir ihn nicht besiegen können. Da wäre er wahrscheinlich wieder auferstanden einfach. Ja. Ich bin noch nie. Ja, ich bin noch nie. Okay. Um. Mach doch heili, heili. So bad geht's. Um. 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 So schwerer das dann jetzt auch nicht. So, schauen wir mal, was haben wir da gefunden? Was hast du für einen Belt? Plus 2 Decks, der interessiert mich eh nicht. Du hast Constitution, du hast Strength Decks und Constitution, schau dir was an. Du hast Constitution, ich glaube das ist besser Decks. Du hast noch gar keinen, das heißt du kriegst den. Der plus 2 auf Constitution bringt, nicht schlecht. So, jetzt hat jeder eine Gürtelgelle ausgezeichnet. So, na gut, Herrschaften, das war ja schon mal ganz gut. Und als nächstes werden wir den Zuschauern bei YouTube Tschüss sagen. Weil, wir haben doch schon eine Weile aufgenommen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir schauen runter und versuchen, irgendwo reinzukommen. Ja, bis dann. Tschüss euch. 3 6 7 8 5 6 Vielen Dank.